Hallo zusammen, Salve a tutti! Es ist Freitag, der 5. Juni und wir haben 17.33 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip anfange. Wir sind also mitten in der Schlussauktion. Im Moment taxiert der DAX noch bei 12.852. Mein Name ist Christian Schlegel, wir hatten eine spannende Woche hinter uns und mal schauen, wie es weitergeht. Um Ihnen das mal hier begrifflich zu machen nochmal oder vor Auge zu führen. Von diesem Punkt hier, das ist Mitte Mai, sind wir innerhalb von 16 Handelstagen 27% oder rund 2700 Punkte gestiegen. Schon mal sehr ungewöhnlich. Vom letzten Montag, das hier war der Schlusskurs vom Freitag, bis jetzt gerade eben, sind wir nochmal 1200 Punkte gestiegen. Also nicht dazu, sondern auch nochmal, es ist enorm. Hätten Sie mich das am letzten Freitag gefragt, ich war der Meinung, weil ich hätte gesagt, ich bin unschlüssig. Und ich bin selten unschlüssig. Ich hatte aber tatsächlich die Idee, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen runter hier Richtung 10-20-Tage-Linie gehen sollten. Das war völliger Miss-It. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, die Woche ist so gut wie an mir vorbeigegangen. Ich habe auch sogar zweimal Putz gekauft. Das hat auch ein bisschen was gekostet, aber was ich in solchen Märkten, wenn ich sie nicht wirklich greifen kann, mache, ich reduziere das Size ganz erheblich. Richtig. Also richtig. Ich nenne dann das, was meine Schüler kennen das, Schnüffelstücke. Und das ist so, bei diesen Schnüffelstücken war das mehr oder weniger von der ersten Sekunde an, die haben gestunken wie Laternenfahrer ganz unten. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe gedacht, na gut, jetzt probierst du es mal. 2500 Punkte, also irgendwann wird es immer 300 Punkte runtergehen. Das war aber falsch. Ich hatte dann immer Fehlsignale über den Stundenchart, war nicht schön. Das Ding ist sauber. So, fangen wir mal alles an. Zum einen, die Bänder gehen auf, nach oben und nach unten. Und das tun sie in vielen, vielen, vielen Werten. Nehmen Sie Daimler, nehmen Sie Bayer, nehmen Sie, ach was weiß ich was, da können Sie fast alles nehmen. Außer vielleicht RWE heute. Gerade mal sowas wie Airbus, MTU oder die Banken, Banco Bilbao, Vizcaya da Rente oder Banco Santander, enorm. Die Bänder gehen auf, dass der entgegengesetzte, der Richtung, entgegengesetzte Band ändert mal hier nicht die Richtung, gar nichts. Das heißt, es ist immer noch offen. Es ist immer noch Power drin. Ich, ihr meint ja hier, ich dachte, na gut, vielleicht sehen wir die 200-Tage-Linie. Das wird die aber einfach so verschnabulieren. Und mal locker, was haben wir da, jetzt 750 Punkte drüber gehen in drei Tagen. Ola, Chapeau. Diese schwarze Linie hier, die muss ich Ihnen erklären. Die habe ich jetzt mal neu mit reingenommen. Das ist die, wie ich das nenne, Abrisskante. Das war die Abrisskante, das war ungefähr seit November, war das immer das Low und liegt beim DAX ziemlich genau bei 13.000. Und da sind wir dann runtergegangen, hier an diesem Tag hier, da, am 25.02. Und dann verließen sie ihn. Da sind wir dran, also ein Back-to-Breakout, so kann man das sagen. Von dem MACD her, weil jetzt natürlich ein Hammer-Trend vorliegt, nach wie vor positiv. Der hat in der letzten Woche, hat er hier den Eindruck hinterlassen, dass, na gut, der geht hier vielleicht ein bisschen runter, aber es sind immer zwei Balken des Histogramms, die kürzer sein müssen, nicht nur einer. Also von daher war es kein Fehlsignal. Die Stochastik gilt natürlich als Überkauf. Wenn Sie mal genau sehen, Moment, ich gehe mal hier drauf. Wir gelten als Überkauf seit dem 19.05. Da sind wir hier. 11.150. Hallo, wir sind jetzt bei 12.840. Da scheint der Schlusskurs hier zu sein, 12.847. Mal gucken, das ist jetzt 17.37, das müsste ja sein. Also seit hier gelten wir als überkauft. Und das ist das, deswegen ich sage es immer wieder und ich werde es nicht müde. Es ist völlig egal, dass der Freund hier oben drüber ist, überkauft ist, überhitzt ist, zu hoch ist. Das kann sich überwochen. Und in diesem Fall ist es, das muss ich jetzt mal rausmachen, das ist hier seit dem 20.05. Sind wir überkauft. Das Ding hört erst dann auf, wenn es hier unter die 80 geht. Dann gibt es ein Verkaufssignal. Alles vorher ist Kinderfasching. Bringt nichts. Lassen Sie sich drauf. Ich garantiere Ihnen, dass der irgendwann wieder hier unten ist. Das garantiere ich Ihnen. Da habe ich auch kein Problem, wenn das BaFin das jetzt hört. Aber das Verkaufssignal ist erst hier. So, Bänder weiter auf, positiv. MACD, positiv. Stochastik, überkauft, aber weiter positiv ohne Verkaufssignal. Was soll der denn machen? Wir haben hier, wir haben das 61er rausgenommen. Wir haben das 76er rausgenommen. Wir haben die 200-Tage-Linie rausgenommen. Für mich ist das eine Mischung aus, oh shit, der Markt geht hoch und ich bin nicht dabei. Aua, wir müssen jetzt mal wieder rein. Oder, Mist, ich habe auf dem Weg nach unten alles verkauft, bin auch nicht drin. Gepaart mit, oh, der Markt sollte doch eigentlich tiefer sein. Ich bin Short. Und ich glaube, diese Shorts, die fangen jetzt an zu hecheln. Eine Sache gefällt mir nämlich gar nicht. Das habe ich mir vorhin angeschaut. Es ist mir in dieser Woche ein paar Mal passiert, dass der DAX schneller steigt als der MDAX. Das ist ungewöhnlich. Der MDAX hat jetzt in dieser letzten Phase 7% gemacht, wo der DAX schon bei 11 ist. Das ist eigentlich andersrum. Deswegen ist das für mich hier, wir sind hier mitten in der Übertreibungsphase. Die kann die 13.000 rausnehmen. Die kann auch mal bis zur 13.2 gehen. Irgendwo hier im Extremstfall. Und das darf mir gar nicht mehr ausschließen. Sogar eine 13.5, dieses Gap hier. Ich glaube das nicht. Ich selbst, ich werde hier nichts mehr kaufen. Das mache ich nicht. Das habe ich jetzt irgendwie verpennt. Ich habe diese Bewegung in dieser Akzeleration nicht gesehen. Ich renne dem jetzt hier nicht hinterher. Die können mich mal. Ich gehe aber auch nicht Short. Dazu habe ich schlicht und ergreifend keine Verkaufssignale. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht, die ich ziemlich eng gehalten habe. Zum einen hier. Ein 11.890er. Der liegt hier da. Unterhalb der 10-Tage-Linie, unterhalb der 200-Tage-Linie. Ihr müsst nach diesem Anstieg stündlich damit rechnen, dass der Markt sich mal ein Imbiss holt. Und ein Imbiss kann locker gehen, zur 200-Tage-Linie, 10-Tage-Linie, sogar hier bis zur 11.800. Das ist diese Kerze. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat er sich verdient. Nur darauf zu bauen, naja, das Haus würde ich jetzt nicht einziehen. Sagen wir es mal so. Das ist zu früh. Schaut auf den Stunden-Chart. Schaut auf den 4-Stunden-Chart. Wenn die beide einigermaßen miteinander konkurrent gehen, dann kann das ein gutes Signal sein. So, dieser Schein ist also jetzt hier ein 11.890er Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC5SJT. Gustav Cäsar 5 Siegfried JT. Das ist der Call. Tja. Ich nenne euch einen Short, aber bitte, bitte Vorsicht. Ich muss den eigentlich wirklich hier über der 13.500 suchen. Das wäre mir jetzt schon zu weit. Ja, da gehe ich lieber mal mit dem Hebel ein bisschen hoch. Der passt auch perfekt. 13.519. Ein Open-End-Schein mit momentan einem Hebel von 18. Das ist von Goldman die GB9PWH. Gustav Bertha 9 Paula Waltraud Heinrich. 13.519. Da bin ich hier oben. Man soll nie, nie sagen, es fliegt so viel Geld rum von den gesamten FETs und EZBs und wie sie alle heißen. Aber Bäume wachsen auch nie in den Himmel. Ich finde diese Akzeleration momentan, das Momentum, zu stark. Ich glaube nicht, dass sich das so weitermacht, aber es ist noch nicht fertig. Zum Short gehen ist es meines Erachtens nach zu früh. Bitte schaut auf die Stunden, auf die 4-Stunden-Chart, ob da die auch da sehr, sehr heftig überkauften Indikatoren. Wirklich, wo auch da die 80 gehen. Das kann ein Hinweis sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und bleibt gesund. Bye-bye.